Kein Dach überm Kopf, aber einen schicken Wagen. Mieten Sie unsere Cabrios ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Ich habe mir in der U17 das erste Mal mein Kreuzband gerissen und ab da war ich eigentlich nur noch von Verletzungen geplagt. Ich habe dann zwar noch bis Ende U19 beim HSV gespielt, aber dann kam in der U23 ein neuer Trainer und der hat mich nie gespielen sehen und dann war HSV Geschichte. Aber ich habe mir halt schon immer irgendwie gesagt, wenn das mit dem Profifußballer nicht wird, dann willst du da trotzdem irgendwie den Weg irgendwie da reinfinden. Aktuell studiere ich Sportmanagement und werde jetzt erstmal irgendwie zusehen, fit zu werden, weil ich noch eine OP vor mir habe. Durch meinen Vater kriege ich auch mehr mit als andere. Ja, ich sehe, wie er leidet, sage ich mal und ja, der HSV ist ja durch meinen Vater, dadurch, dass ich da gespielt habe, schon auch irgendwie ein Teil von mir und irgendwie auch sehr verbunden mit dem Verein. Also ich war damals dann in der U19 beim HSV und Tim ist dann aus Basel in die U17 von uns gewechselt. Und zwei bis drei Wochen später saß er dann bei uns am Mittagstisch. Seitdem ist er der Freund meiner Schwester. Basti ist ein ganz ruhiger. Er verzieht sich gerne mal ins Zimmer. Er braucht seine Ruhe, aber ich komme sehr gut mit ihm zurecht und ab und zu gehen wir auch mal feiern miteinander. Fußball war eigentlich immer das Einzige so in meinem Leben. Ich glaube einfach, dass ich dann, ja, neben der Uni und dem Nebenjob oder sowas dann einfach Freunde treffe und, ja, irgendwie ein bisschen mit denen Spaß habe. Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Mieten Sie den Smart für nur 20,95 pro Tag bei Starcar. Mieten Sie den Smart für nur 20,95 pro Tag bei Starcar.